Sie sind hier, 5. Dezember 2018, 15.17 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten, vergrößern, verkleinern, Michael Hefele, L. und Co., mischen die zwei. Liga in England auf Urheberrecht, Sport1 Grafik, Mark Thirl, Getty Images, East Dog, München. Die englische Championship ist auch bei deutschen Fußballprofis beliebt. Besonders bei Norwich City setzt man auf die Kicker vom Festland. Sport1 stellt sie vor. Die englische Championship erfreut sich bei deutschen Profis großer Beliebtheit. Ein Verein hat sogar gleich 8 Spieler aus Deutschland im Kader. Welcher Profi ist absoluter Leistungsträger, wer ist nur Joker und wer muss noch auf seinen ersten Einsatz in Englands Liga 2 warten? Sport1 zeigt die Situation der deutschen Profis in der Championship. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mia